Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es wieder um ein Haustier und zwar um das Haustier weißes Kätzchen. Und dieses weiße Kätzchen bekommt man vom kleinen Timmy, dem Junge mit dem Kätzchen. Und der läuft ihren Sturmwind rum und sein Respawn und den Respawn-Punkt ist da in der Nähe von der Katschentrale. Und dann läuft da halt jeden Tag ihren Sturmwind rum. Ich glaube seine Respawn-Zeit ist eineinhalb bis drei Stunden. Und wenn man dann ihn gefunden hat endlich, kann man ihn ansprechen und dann kann man für ihn einen Katschentanzparkkopf kaufen. Für ein paar Siebelstücke. Dann bekommt man ein weißes Kätzchen. Hui, und ich noch einen Erfolg. Verrückt nach Katzen. Das heißt ja, ich habe 20 Katzen schon gefangen. Sehr schön, das freut mich sehr. Dann bekomme ich einen neuen Titel und zwar den Titel Der verrückte Katzentyp. Das weiße Kätzchen. Die Königin hatte drei Kätzchen. Das erste brachte ihr eine saftige Ratte. Die zweite einen schmackhaften Hasen. Und das weiße, ihr Liebling, präsentierte ihr den Kopf ihrer Rivalin. Oh, so ein Killer-Kätzchen, sag ich mal. Hehehe. So, und da ist das weiße Kätzchen. Miau, miau, miau. Dann soll es das auch schon gemessen sein für mich. Von mir. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man beim nächsten Mal wieder zuschauen will. Bis dahin. Viel Spaß noch. Viel Erfolg. Servus. Ferti und Tschüss. Euer Tiger. Jan! N- SAM D, JUNG! 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 & von der witter Fukziel gemacht! true die Repräsentation cone. Vielen Dank.